ich hab schon dass sie schneller geworden sind egal suchen jetzt so lange bis ich den schneiden fertig kriege mit dem swales wort weil er das recht op ist nur gut egal sich dieser anzugreifen sonst das war ordentlich mit dem messer Bäm, ey. Mann, komm, töte mich. Danke sehr. Jetzt bin ich klein. Das bringt mir ja nicht so viel. Oh. Das bringt mir ja nicht viel. Oh ja. Das bringt mir ja nicht so viel. Obwohl, der Boss soll ja ziemlich einfach sein. Ähm, bei diesen... Bei diesen Formen hier. Oh Gott, ey. Vielleicht erst mal eins nach dem anderen machen. Wäre ja sinnvoll. Oh, noch mal. Nee, komm, töte mich, bitte. Danke sehr. Danke sehr. Das wird so nix. Ah, das sieht schon gut aus. Ja, das sieht schon gut aus. Aber auch nicht wirklich so prickeln. Nö, nö, nö. Wenn er noch einmal noch, dann cutte ich dann halt ganz kurz und gut ist. Aber, obwohl der Wall of Blade ist immer ganz gut. Ich glaube, der kann nicht 사beten. Oh, man, töte mich. Das ist ja nicht so prickeln. Nö, nö. Unser mit Buster! Da ist ja nicht so prickeln. Da ist es ja nicht so prickeln. Ja, das ist ja nicht so prickel. Das ist ja nicht so prickel. Ja, das ist ja nicht so prickel. Na guck mal. Ach, ey. Ich hasse das. Oh, das sieht schon mal gut aus mit denen. Oh ja. Wesentlich besser als das andere. Mal gucken. Brauch halt den Damage. Oh ja, komm. Alter, die Schleime sind extrem schnell, ne? Oh ja. Oh ja. Oke. So, what? Ja, ist noch irgendwas? Nein! Oh, nice! Nice! Du musst jetzt nicht sterben. Doch, nicht könnten. Ja, nice. Ich glaube, ich mache doch das Moon-Gaming jetzt. Aber das ist jetzt auch besser. Wie lange soll ich denn jetzt noch umbasteln? So, ein bisschen HP sammeln. HP immer wichtig, ne? Ich kann eigentlich mal hier nicht leben. Äh, das war's eigentlich, ne? Habe ich hier alles eingesammelt? Ja. Ich könnte ja versuchen, ein paar Gegner zu besiegen. Ja. 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 Vorher bin ich an. Ich sollte eigentlich sprechen. Jetzt geht die Tür auf. Ähm. Hier ist nicht der Boss. Caddy. Oh, da ist was. Curse Room. Oh Gott. So. Gold. 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 Immer wichtig Gold zu sammeln. So. Ich glaube, wir sind viel zu scharf gegen den Bosskampf. Ach. Du Space Ward. Du kannst ja alles. Also von daher ist das in Ordnung. Ähm. Mehr jetzt nur noch ein bisschen Gold sammeln. Mehr will ich jetzt gerade nicht. Oh. Okay. Wo ist der Bossraum eigentlich? Okay. Da oben vielleicht. Ah. 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 Weg mit denen hier. Dann schnell ich den Knuch. Ja, da. Ja, gut. Ja, gut. Dann gehen wir da hin. Aber gehen ja schnell fertig und gut ist. Wurde wieder aufgefüllt. Hier ist das Tutorial Level. Hammer nice. Kennen wir noch gar nicht, ne? Nö. Warum soll man das auch kennen? Das ist ein Gegner. Ich hab mich nicht schon geklaut. Was? Äh, das schon wieder. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Bisschen Ordnung. Machen wir trotzdem. ok ist bla 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 ja ich bin doch viel zu schwach, ey ah kommt, tötet mich, danke sehr ja, warum nicht warum nicht nein, ich kann nichts kaufen mehr, wirklich das kann ich doch kaufen oh ja ich versuche jetzt noch einmal wenn nicht, wenn nicht, muss ich gleich nochmal ein bisschen rumfahren aber es ist ja nicht so schlimm muss ja irgendwie nur Damage machen das hier Damage ah ja komm, tötet mich, danke sehr nicht gut ne, ich muss hier hinten ein bisschen fahren, das ist schlimm aber es ist nicht so schlimm, ein bisschen rumzufahren ich sehe jetzt den Boss und das ist in Ordnung ich muss ja nur diese Dings finden das ist jetzt das Einzel- das Einzel-Problem aber halt ein Damage ein bisschen höher ist ja nicht so wild ähm ja pfff, doch, doch, Damage ja, Damage, Damage Damage eben, ne, weil Damage ich brauche das Andere ich brauche das Andere so deck mich hier oh, Schluckaufhaben ist auch nicht so schön bitte runter danke sehr ah, Gott, Gott, Gott ich sehe ich halt so nutzlos das muss ich so sagen ja doch, doch es ist nutzlos bam, bam, bam weg mit den hier es ist so nervig das Golf zu sammeln, ey deswegen mache ich das ganz gerne offscreen dann so ein bisschen ach, da ist kein Gegner da okay er denkt, ey, wer er denkt gerade, dass ein Gegner da ist ist, aber er nicht ist nur der rote Schleim da so, der macht ja mit mir nix das ist okay kann ich damit leben oh Gott, 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 Gott ähm mal gucken ja, irgendwie ist meine Audiospur wieder ein bisschen daneben oder generell immer neuerdings daneben wieder da fixe ich das mal einfach ein bisschen und dann bei der nächsten Aufnahme ist das irgendwie alles so, bäh mal gucken den mal hier wegmachen ach, bäh ich gehe hier unten lieber hin take my damage ist okay bledettet rune ist ja doch ist okay soll ja nicht immer so viel schlechtes reden na gut oh man komm, töte mich danke sehr ja ja warum nicht und versuchen wir das jetzt mal aus ähm ja p oh dear der Trick der Trick ich hoffe mal nicht, dass das so schnell weg geht eigentlich mal gucken, ob das klappt oh ja klappt Schnell, 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 schnell. Es klappt immer noch. Und das ist das Schlimme an diesem Spiel. Es klappt immer noch. Bäm, bäm, bäm. Oh, ich mach kein Damage. Ach, Schaddi. Ich hab das Teil auch für sie nur eingesammelt. Krieg ich das nochmal hin? Nein. Oh, Schaddi. Ich muss mich jetzt halt schnell töten lassen. Wie dumm ist das denn, ey? Komm. Ach. Schaddi, Nebel. Gut, danke sehr. Alles nicht gut. Ne. Obwohl. Versuchen wir mal. Wenn nicht, muss ich gleich wieder rumfarmen. Ne, komm. Obtöte mich. Danke sehr. Obwohl. Ach komm, einmal noch und dann war's das jetzt wirklich. Muss ich unbedingt neue Ausrüstung kaufen. Ich glaube, da sammle ich auch gleich bis in 8000 Leute oder so. Ja. Na ja. Kein mal lasst du es nämlich unter. Danke sehr. Nee, ich hab mich farme jetzt ein bisschen gleich. Ich will nicht aufgeben, das ist das Problem. Vielleicht muss ich ja einfach halt gleich ein bisschen Magie Damage hoch machen, wenn gut ist. Vielleicht generell, ja, wie gesagt, besser ausrissen, wenn wir uns gleich kaufen. Naja. Eck. Danke sehr. Okay. Das war's. Oh Mann, sieht sich die nächste wieder. Okay. Vielen Dank.